Was ist Bananen? Bananen sind ein Kraftpaket der Heilung. Bananen sind nicht ohne Grund ein Bestandteil des Heavy Metal Detox Smoothies. Anthony schreibt über Bananen bei Instagram, Bananen haben in letzter Zeit einen schlechten Ruf bekommen, weil sie zu viel Zucker enthalten. In Wirklichkeit ist der Zucker in einer richtig gereiften Banane völlig anders als der Rohrzucker und andere verarbeitete Süßungsmittel in Keksen, Kuchen und Donuts. Im Gegensatz zu verarbeitetem Zucker ist der Fruchtzucker in Bananen an lebenswichtige Spurenelemente wie Mangan, Selen, Kupfer, Bohr und Molybden sowie an große Mengen von Mineralien wie Kalium gebunden, das einer der wichtigsten Nährstoffe für die Funktion der Neurotransmitter ist. Bananen enthalten auch viele Aminosäuren, die zusammen mit dem hoch bioverfügbaren Kalium als Katalysator für eine reichhaltige Elektrolytproduktion wirken. Anstatt zu denken, dass Bananen nur aus Zucker bestehen, müssen wir uns vor Augen halten, dass Bananen auch aus Ballaststoffen, Frucht, Fleisch und Wasser bestehen und dass ihr Fruchtzuckergehalt der Grund dafür ist, dass Bananen reichlich Antioxidantien, Vitamine und andere Phytonährstoffe enthalten, die uns bei der Bekämpfung von Krankheiten helfen. Einige der heilenden Vorteile von Bananen sind Antiviral und antibakteriell Bekämpfen Hefe und Pilzbefall Verbessern die Fähigkeit der Leber, Nährstoffe zu absorbieren Beruhigen die Darmschleimhäute und Nerven Helfen beim Wiederaufbau von Neurotransmittern Enthalten wichtige Glucose Verringern durch Krankheitserreger verursachte Entzündungen Sind reich am Kalzium, Kalium und Aminosäuren Helfen, den Blutzucker auszugleichen Sind eine wichtige Gehirnnahrung Helfen, Schlafstörungen zu lindern Helfen, Ängste und Depressionen zu reduzieren Und dann weist Anthony auf seine Bücher hin In denen er ausführlich erklärt, was Bananen für unsere Gesundheit tun können Und wir wissen ja, es gibt immer auch viele Rezepte Und dann vielleicht ein paar Mal die Beweiem die Darmschleimhäute Und das ist so wichtig und die Darmschleimhäute Angegen dem Weg zur Kirchleimhäute